Hast du schon Weihnachtsmann raus? Warte mal kurz bis Person X... Okay, du gehst schlafen guten Nacht, bis dann. Tschüss, Shiny. Falls du es nicht weißt, morgen ist Feiertag, also du musst nicht in die Schule. Und so. Du musst arbeiten, du hast dir die Arschkarte gezogen. Ja, ich muss studieren gehen und arbeiten gehen, das ist das Dreiste an der Sache. Du hast die doppelte Arschkarte gezogen. Und, also, da ist ein unersprechlicher und... Wer bist du? Ach, ach, ach. Okay, dann mach mal Münzenjäger. Auf geht's. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wie viel haben wir denn bisher? 20.29 Uhr. Hm. Ich mag mich nicht ungewöhnen, weil es das blöd ist. Damit komm ich nicht klar. Ich muss überlegen. Viel überlegen. Ja. Denken, weißt du? Denken. Was für ne geile Münze, ey. Ja. Da ist auch nur eine einzige Textur drauf. Oh, Fio hat so ein bisschen Punkte, ne? Ja. Was willst du denn für ne Strecke vorn? Ja. Das passt. Alles in Ordnung. Ja, super. Kommt eh nicht dran. Drei bis vier Stunden später. Kommt noch was? Ach, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Die sind am Internet so ein bisschen heute Abend. Bei uns? Nein, nicht bei uns, aber allgemein so. Bei denen? Ja. Aber das ist immer noch deren Problem, nicht unseres. Ja, ich überlege nur gerade die. Das ist immer noch kein Grund so rum zu flamen. Entschuldigung, aber... Da hört es bei mir echt auf. Das muss man nicht tun. Jetzt willst du doch eigentlich jemand dich auf die Palme bringen kann. Das hat mir ewig nicht. Ach du Gott, das Ding hier. Was ist das? Muss man hier Münzen klauen? Das ist so ein Roulette. Ja, genau. Ich fühl mich dezent überfordert. Ich hab das hier noch nie gemacht, glaube ich. Echt? Ich glaube. Ja, du musst die Münzen sammeln, die da liegen. Und wenn jemand abschießt, dann verliert der Münzen. Ah, du hast mir gerade eine Münze vor der Nase weggesen. Da ist eine Münze, da ist eine Münze! Ah, ich hab sie! Das ist geil. Das ist alles gut. Ich schieß mal den roten Panzer los. Ha! Hab ich mir die Münze geholt. So stolz auf dich. Ah! Mein Bowser! Was ist eigentlich mit dieser rollenden Kugel da? Ich geh mal davon aus, dass ich die besser nicht ramme. Du hast die rollende Kuh verstanden. Was? Das ist rollende Kuh? Naja, es gibt nur eine rennende Kuh. Das ist für einer Notaurus. Das tut mir leid. Wie auch immer man damit auch drauf kommen, wie ich war jetzt nicht. Alter, und dann verlier ich gleich drei Münzen oder was, ey? Oh, verfickte Kacke aber auch. Da will ich doch wieder kotzen. Ah. Ah! Ah! Wer auch immer diesen roten Panzer geschossen hat, ihr... Der Föhn da war grad mal schön was reingelegt von dir. Ja. Zurecht. Musste ich nur noch finden und mir seine ganzen scheiß Münzen unter den Nagel reißen. Ich glaub, da sind andere schneller als ich. Super, jetzt ist da eine Bombe bei der Münze. Ha! Die Münze war mir! Oh Gott, hat da einer viele Münzen? Oh! Holy Crap! Ich bin froh, dass ich jetzt mal zwei hab. Meine Güte... Oh, wir führen doch einmal. Das ist ein Traum. Ihr seid doch alle scheiße. Jetzt führen wir bestimmt nicht mehr. Können wir auch nicht. Siehst du eigentlich am Zwischenstand da oben, der da steht? Ja, dann führen wir uns so lesen. Wir sind ja blau. Nein! Jetzt lasst mich doch mal... Oh Gott, ich hab gerade rechtzeitig das blöde Dings da gezogen. Wieder zufällig so ein... Duer grüner Pfeiß ist doch nicht wahr. Hade ich eben noch zehn. Und noch eine. Und noch eine. Jetzt bin ich bei drei. Ne, vier sogar. Ich bin stolz auf dich. Ne? Ich auch auf mich. Ist aber schön. Eine Minute noch, eine Minute noch. Wir verlieren sowieso. Glaube ich. Recht deutlich sogar. Nein! Und ich fahr unter das Ding! Das war relativ dämlich von mir. Oh, ist nur noch sechs. Was passiert? Was passiert? Ja, ich bin unter die Kugel gefahren. Achso, unter die Roulette Kugel? Ja, das ist vielleicht echt so ein bisschen dämlich gewesen. Hattest du ja auch gesagt, ne? Moment, ich brauche ich ja nicht rum. Du bist ja bei mir im Team. Wer klaut mir denn deine Münzen, ey? Nein, nein, deine Münzen. Nur Items gut. Ja, aber kein Item, was du klauen kannst. Das ist ja dein Problem. Das ist ja krank, was hier abführt. Da ist ein Roter. Den habe ich jetzt. Oh, wir müssen nochmal aufholen. Ich habe gerade drei Münzen geholt. Wie auch immer ich das so genau gemacht habe. Ich bin unentschieden. Nein, 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 nein. Ja, ja. Ja, Mann. Gerade noch so gewonnen. Geil. Ich hatte sieben Münzen geholt, Mann. So viel wie du. Alter, wir sind die zwei Besten. Gary, das ist aber krass. Geil, Mann. Aber krass. Ha, ha, ha. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist gut ab, Alter. Tja, das ist doch mal ein schöner Erfolg, ne? Das gefällt mir. Und jetzt sind wir beide zusammen an der Spitze stehen? Das ist, ja, selten. Eigentlich unmöglich. Das passiert manchmal, wenn wir alleine fahren. So ohne. Alles gar nicht. Dann kommt es manchmal vor, dass wir beide die ersten beiden Plätze haben. Manchmal kommt aber auch von irgendwoher so eine Mücke und besiegt mich. Ja, die Mücken. Mach es doch gerade zufällig. Ist doch voll egal. Mann, du möchtest unbedingt Keksland fahren. Nö, muss ich nicht. Aber ab und zu Keksland nach dem... Sind das eigentlich die gleichen Arenen wie bei Blockbeugerei? Bei was? Ja, klar. Das sind beides der gleiche Modus sozusagen. Weil ich die Arena überhaupt nicht kannte. Ja. Ja. Pfff. Deswegen war ich so dezent verselsamt verwirrt. Verselsamt. Verselsamt. Du sagst es. Ach ja. Ja, los. Letzter. Wie? Also man sieht die zumindest nicht als Aufschlag auf dem Mischbold. Die asozialen Penner draußen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Du meinst jetzt deine Mitbewohner? Nee. Die asozialen. Was? Aber was mich so ein bisschen irritiert ist, dass ich mich als Ausschlag auf deine Mikrohöre sehe. Du bist halt verdammt laut. Ja, und vor allem verdammt nah dran irgendwie. Ja, hör auf damit. Ja, wir müssen irgendwie mal gucken, wie wir das nächstes machen. Nein, wir sind toll. Oh. Nein, Steinbüste. Komm, studierst du den Kram, bist du schlechter geworden. Das hat ja ein bisschen schlechter zu tun. Doch. Nee. Wir können auch wieder beides zusammen alles auf eine Spur aufnehmen. Dann ist das egal, ob wir uns hören oder nicht. Weil dann sind wir sowieso zusammen gemischt. Aber im Endeffekt ist das von Vorteil, so wie wir es jetzt machen. Dann vertraue ich dir doch mal bei der Sache. Besonders könnte ich dich jetzt zum Beispiel auch muten, was ich ja vorher nicht konnte, weil wir ja beide irgendwie auf eine Stereo-Spur zusammen gemischt waren. Und jetzt ist es ja so, dass wir ja beide unabhängig sind. Alter, ich hatte mal sieben Münzen zwischendurch. Jetzt bin ich ja mit zwei. Oder waren es sechs? Ich hatte sechs irgendwie direkt von Anfang an. Ich weiß gar nicht, wie ich die bekommen habe, aber ich war ja auch irgendwie gerade totale Scheiße zusammen. Das ist mein Teddy. Das ist ganz... Nein. Ich bin nicht dein Teddy. Doch, Teddyböhrchen. Nur Teddyböhrchen. Verkackst dir nicht. Geht das aber auch noch schlechter als ich momentan bei dir stehe? Stimmt. Auch wieder hoch. Das ist voll verwirrend gerade. Oh meine Güte. Es geht nicht hier ab, ey. Minimal. Ein bisschen. Vielleicht überfordert. Ja gut, ich sehe hier nur Leute aus meinem Team, die Nutzen holen. Also ich glaube, das... Wir liegen trotzdem hinten. Nicht? Krasse Scheiße. Wie geht das? Das ist eine Bombe, da möchte ich nicht reinfahren. Das sind sich bewegender Kaktus. Oh ja, was es das alles gibt. Also ich glaube, hier draußen habe ich nicht so viel Chance, irgendwas zu kriegen. Jetzt haben wir hier kurze Führung übernommen. Das ist ein geniales Durcheinander. Das gefällt mir richtig. Da kann man gar nicht mehr klar, was man hier auch macht. Wuhu! Harte Rechtskurve. Uh, da sind aber viele Münzen, die hole ich mir jetzt mal. Wo macht das? Ja, ich versuche gerade noch eine zu holen wenigstens. Und rückwärts und los. Da knallst du überall gerade. Ja, ich sehe auch gerade eigentlich gar nichts. Das liegt am Blubber. Nein, der hat mich dann jetzt erwähnt. Ach du Scheiße. Hier haben wir eine Münzen fliegen. Das ist mir alle wie Münzen vor der Nase wegklauen. Super dreist. Also wir haben einen in unserem Team, der macht gerade ordentlich Punkte. Gut, weil ich mach's nicht. Ich freu's jetzt nicht ganz, wie ich von hinten getroffen werden konnte, wenn ich selbst was dran habe. Aber ich bin wieder bei null. Ich habe schon alles gehabt. Viele, wenige, gar keine. Gute Sache. Ja, ich hatte auch zwischendurch einfach mal elf. Jetzt gibt's noch einen Pau-Block. Ja, da verlieren wir auch noch Münzen. Ah ja, klar. Jetzt gerade gar nichts mehr, also... Wollen wir jetzt einen Pau-Block in dem Modus? Das ist ja... Ich geh mal irgendwie davon aus, dass man eigentlich nicht in die Mitte fahren sollte. Äh, teilweise. Ich bin jetzt nur so ein bisschen freilter. Ich komme mir nicht mehr klar. Ich komme mir einfach nicht drauf vor. Ja, ich bin auch gerade so dezent verwirrt. Ich mag das Level übrigens nicht, weil eben wegen dieser Mitte, weil man da wirklich oft einfach nur hängt. Oh Gott! Das ist gerade ein hin und her. Eben noch klar geführt, jetzt irgendwie... Deutlich hinten. Aber irgendwie haben alle super viele Münzen verloren. Ja, äh... Unentschieden. Ich glaube, diese Runde haben wir deutlich verloren. Oh, 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 oh. Ich glaube, diese Runde haben wir deutlich verloren. Ich glaube, dass wir vor 20 Sekunden vorne gelegen haben. Das sieht das ziemlich beschäftigt aus. Wir hatten nicht irgendwie 21 gerade noch. Aber hey! Ich habe mehr Münzen als du. Wie habe ich denn das gemacht? Ich weiß es nicht. Münzen hast du mich da viel zufälliger als Ballonbeugerei. Natürlich. Bist du? Ja, ich weiß. Ich stehe gerade drauf, dich zu verwirren. Ich merke es. Ach, ihr müsst endlich ein paar Staubsaugen hier. Ist doch schrecklich. Ist mir überhaupt eine Haustauballergie? Weiß ich nicht. Vielleicht sterbe ich auch noch. Süß. Ja, jetzt hättest du aber nochmal Kekse anwählen können. Ja, ne, jetzt nicht. Ist das vor mir drin? Ist mir warm, ey. Ja, wir hören jetzt auch auf, oder? Ja, ist ja schon 20 vor 9. Was ist das? War ja schon eine Stunde, ne? Ja. Bis 11, 11 Minuten am Start, ja. Ich glaube, macht ja Spaß. Ja. Das ist ja die Hauptsache. Ich müsste mal das Klo. Und ich müsste mal irgendwie Sauerstoff tanken. Das auch. Ich würde sagen, wir gehen drauf. Gleich mal so 3-4 Minuten Pause. Ja. Wendet ihr dafür. Dann kann man auch nochmal die Leute nachgucken, die wir ja nicht geedit haben. So frech, wie wir sind. Wir haben jeden geedit. Ich weiß. Und da gibt es auch nichts mehr mit nachgucken. Entschuldigung. Die haben es so ver... Also, er hat es so verkackt bei mir. Kann schon von Glück sagen, wenn ich nicht jetzt irgendwie noch so ein Hassvideo schreibe. Das reicht ja auch voll zu. Ja, ich bin eigentlich nicht gemein genug zu sowas, ne? Wieso rutsche ich denn hier so rum, ey? Muss ja echt nicht sein. Münze, Münze, Münze. Jetzt holt sich Einstein einfach meine Münzen, ey. Super dreist. Ich hole mir jetzt einfach mal seine. Super dreist. Ich fahre jetzt hinter ihm her, bis er abgeschossen wird. Und dann... Wenn ich dran bleibe. Jetzt geht doch nicht immer auf mich, ihr Wichser. Oh, Mist. Ich habe nur eine verfickte Münze. Ich bin kein gutes Ziel für euch. Das kann ich aber auch. Aber natürlich gibt mein roter Panzer wieder... Nein, ging ja nicht. Da lag keine Münze. Boah, ich habe eine Münze bekommen. Ich bin durchdeutschhaftig. Und ich erst. Hallo Sandy. Ich bin leider vorbeigefahren. Weil irgendwie das Driftverhalten hier dezent anders ist. Sind die denn gerade oben unterwegs gerade? Keine Ahnung. Du nicht. Ich habe ich gerade gesehen. Ich habe ein Powerplot. Schauen wir mal, wenn ich ausweichen kann. Irgendwie hat jeder ausweichen hinbekommen. Lustig. So. Wieso fahren denn meine blöden roten Panzer eigentlich immer gegen die Wand? Ich weiß nicht. Soll mir mal jemand erklären? Sind blöde rote Panzer? Die sind irgendwie gar nicht so zielsuchen. Sollte man behauptet, die werden zielsuchen, aber das sind sie einfach nicht. Einstein, lass dich jetzt treffen. So, aber Einstein. Ja, ich will meine Münzen zurück. Blöder Penner. Ich habe sie, glaube ich, gerade geholt. Gut. Sehr schön war. Ich bin stolz auf dich. Wir müssen halt immer noch so ein paar Punkte aufholen, ne? Ich gebe mein Bestes. Das Böse muss besiegt werden. Schon wieder einfach. Obwohl da vorne jemand war. Das soll mir mal jemand erklären. Kranker Scheiß. Das ist. Wenn ich jemanden sehe und einen roten Panzer auf ihn abschießt und der rote Panzer einfach gegen die Wand fährt, stattdessen ist das nicht cool. Mhm. Und vor allen Dingen, finde ich, nicht wer. Ja. Okay. Der rote Panzer ist jetzt auch ganz dezent an mir vorbeigerannt. Bahn. Das ist meine Bombe. Das geht hier gerade ab? Ah, ne. Ich habe gerade gehofft, dass wir irgendwie punkten, aber ist nicht so. Tja. Ich finde es geil, wie die Leute, die irgendwie so 30 Münzen mit sich rumschleppen, dann so Bomben ziehen. Ach ja. Trotz war es wieder in der richtigen Stimmung für irgendwas. Oh ja. Nö. 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 Gen bearagt, Tja. Nö. 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 Unfair, unfair. Cheatern. Wiederholung. Die cheaten. Ey, aber wir sagen gar nicht so schlecht aus mit 12 und 10. Ja. Das lag nicht. Die Schuld liegt ganz klar bei dem Team Rot. Und MGW Lupo, der Null hat. Was? Das geht auch nicht. Der wird auch ausgeladen jetzt, ne? Aber hallo, ey. Das ist nicht wahr. Na gut, er darf doch bleiben. Er ist ja nett. Gut, wir schließen den Raum. Wir machen eine Sauerstoff- und Pinkelpause. Du willst pinkeln nicht. Ich brauche nur Sauerstoff. Ich brauche keinen Pipi jetzt. Wir sind ein Let's Player Team. wenn es pinkelt und geatmet wird. Ja, aber komm. Geh du mal pinkeln. Vielleicht bin ich wieder früher da. Ist doch egal. Ich mache jetzt mal zu und bis dann.